Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Zelda Delivered Dungeon von TrueDNL. You need Zelda Mindset, have fun. 54 Leute haben es gespielt, 8 Herzen hat es bekommen, 16 erfolgreich von 120 Versuchen gab es, 13,33% ist die Abschlussrate. Ein Zelda Level, ich bin gespannt, ich hoffe ihr seid es auch, insofern viel Spaß bei diesem Video. Super Mario Maker 2! Dün, 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 dün. Halt, immer erst einmal gucken. Und wie viel wollen wir heute, dass es wieder Bombenausgabung gibt? Hm. Und balancieren kann ich den auch nicht, ne? Nein. Da kann ich aber runter. Äh. Moment, wenn ich da jetzt was reinmache. Würde ich mich doch softlocken, oder? Das Ding ist, wenn ich das so mache, geht das nicht. Wenn ich das so mache, dann komme ich da runter. Da komme ich nicht ran. Hm. Hm. Da fehlt mir irgendwas. Irgendeine Variable fehlt mir da. Oh. Nuh. Yes Okay Sehr komplex gedachtes Level Get it Ich krieg's echt gerade nicht Gerafft Ah Okay Trotzdem das mit den Bomben und mit der Mit dem Bogenschießen ist echt Nicht ohne Ich bin jetzt nicht ernsthaft von mir, dass ich hier Und erwischt Natürlich muss ich da in der Lücke stehen Wow Junge Okay Okay Habe ich das Level zerstört? Es tut mir leid Okay Okay Jetzt bekommen wir noch einen Helm Habe ich's gecheesed? Gees Nein 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 Jetzt ernsthaft So Okay Was wird's denn jetzt von mir? Warum kann ich noch gar nicht langen? Da kann ich auch nicht langen Doch da kann ich langen Äh Äh Ja Ja Okay Jetzt habe ich's Äh Äh Shit Shit Okay Okay So Wo ist hier die nächste rote Münze? Okay Wo ist jetzt hier die nächste rote Münze? Boah, die ist ja echt gut versteckt, ne? Ah Oh Oh, Checkpoint, danke Nein Nimm mich alles Nimm mich alles Alles mit Boss Okay Okay, das geht zurück Ah Ah Ich kriege eine Trybourenshell wieder Ah gut Über den Boss kann man sich jetzt streiten Ich bin Ich brauche ein Kilo warten. Ah! Äh, what the fuck? Was zur Hölle? Okay. Geschafft. Es gibt so vieles. Nicht jetzt negativ, also das Level ist in Ordnung, aber der Zusammenbau... Es gibt keine richtige gefühlte Struktur. Der Spieler muss selber herausfinden, was er wie wo machen muss. Es ist ja auch soweit in Ordnung, aber gib ihm so einen kleinen Leitfaden. Er geht durch die erste Röhre und kommt da nicht wirklich weit und probiert erstmal. Du hast daran gedacht, dass er sich nicht softlocken kann. Ist vollkommen in Ordnung. Dann kommst du mit der Mechanik Bombe in Klaue. Dann mit einem Bogen abschießen. Okay, ja. Aber auch da muss der Spieler erstmal dahinter kommen. Dann, äh... Geht es runter, dann musst du mit dem Bogen schießen. Also du kommst da schon in die richtige Richtung, was das Ganze angeht. Aber du hast so... Zuh, 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 ne? Also du springst von... Das ist so ein Zelda Metroidvania Mix und das hat nicht ganz so funktioniert. Also ich habe es nicht so gefühlt. Ja, also es war kein schlechtes Level. Das definitiv nicht. Aber das war einfach irgendwo, ähm... Überladen von Mechaniken, wo wirklich ein bisschen mehr Backgroundwissen erfordert. Wo du halt nicht, ich sag jetzt mal, grob gesagt, vorher an der Hand gehst. Also... Wenn es davon einen Vorgänger gibt, okay. Ja, dann würde ich das nennen Zelda Desert Dungeon 1. Und 2 ist dann sozusagen Zelda Desert Dungeon 2. Was dann halt auf dem 1er aufbaut. Was man dann gegebenenfalls erwähnen könnte. Denn Endlos wäre das jetzt hier wirklich... Puh... Eine harte Nummer gewesen. Sag ich es dir so, wie es ist. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tor. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö! Tschö, tschö! Tschö, tschö! Tschö! Tschö, tschö! 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 theme One, we have to understand fools! Untertitelung des ZDF, 2020